Wir sind hier am Rivella-Casting. Die Leute hier hinten sind im Empfang. Die warten darauf, dass es endlich für uns vor der Kamera stehen könnte. Zu jedem Rivella-Casting gehört natürlich ganz viel Rivella. Kopf- und Hüfte-Empfang. Eigentlich alles. Einfach schnell muss es gehen. Wir suchen den Schweizer. Und zwar in alle seine Facetten. Wir haben extrem viele Bewerbungen bekommen. Es wurden richtig überschwemmt mit Bewerbungen. Sehr gut! Ich mache den Casting für Rivella, für ein Roll. Für Menschen, die Fahrrad machen. Wieso suchen wir Velofahrer, Schüttler und so weiter? Weil wir, weil Rivella den Durst der ganzen Schweiz löst. Schlussendlich ist Rivella für die Sportler hier. Ja, auch so. Spätzer kann auch wohl was für ein Sport. Die Casting-Darsteller werden durchs Bild springen. Oder mit dem Fussball spielen. Das ist nicht High-Speed, aber es ist ein schönes Low-Motion. Das ist nicht High-Speed, aber es ist ein schönes Low-Motion. Wir machen Social-Media-Begleitung von diesem Shooting-Dar. Quasi 110 Prozent. Trampolin haben wir ganz gut gewonnen. Alles in allem eine hervorragende Sache hier. Alles in allem eine hervorragende Sache hier. Das ist richtig, Herr K. Bis zum nächsten Mal.